Ja, alle Jahre wieder sind wir hier in Thailand, im Waisenhaus, feiern hier Weihnachten. Das ist auch für mich ein großartiges Erlebnis. Nicht, dass ich hier mit meinen Freunden ein paar gute Geld spenden oder Sachspenden abliefere. Nein, es geht auch einfach um Zuneigung, Wärmung, ein großes Herz. Es ist immer etwas Gigantisches, wenn wir die weißen Kinder, ob glitzekleiner oder auch ein bisschen älter, sich freuen über dieses Fest, über dieses Zusammensein, über die Geschenke. Und ich muss um ein großes Druck an alle Mitarbeiter in der Waisenhaus geben. Und ich bring viel Herzbeut, wie viel Einsatz, wie viel Begeisterung, die dieses Fest organisieren. Ganz doll auch für meine Kinder, für meine Frau, für mich ist das eigentlich etwas ganz, ganz, ganz Besonderes. Und es geht auch tief in die Seele und in den Salz ein. Also ich bin so ein froh Weihnachten und gesundes Jahr 2010. Ich bin so ein froh Weihnachten und gesund. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 WDR Das war's für heute. Wir wünschen euch ein Weihnachtsmusik und wir wünschen euch ein Weihnachtsmusik.